Und das Video ist auch gewesen für den Pool-Challenge. Video? Es ist ein Nominiertballer. Ah, ja genau, da. Ich freue mich. Ich meine, da. Wir werden heute die Fahrradio-Aktort bezahlt. Hören wir noch die nächste Sitzung. Da sind wir hier von der Uhr. Ja, dann machen wir auch noch etwas, wenn wir noch nie auf dem Boden sind. Ja, dann machen wir auch noch etwas, wenn wir noch nie auf dem Boden sind. Dann machen wir aber noch etwas Töerlings, oder? So genau, oder? Ja, ja. Hier noch mal ein Abstand. Ich muss schon mal mehr machen, Leute. Weil da wollen wir dann schon noch schnell. Aber da ist ein Töerlektronomach. Äh, ja, also da. Ehrich Zink. Ja, hoi Ehrich. Du, also Ehrich. Wir sind noch von der Uhr. Nominiert mal eine Töerlinge mehr an der Jagd. Hast du eine Störung? Ja, wegen der Grill-Pool-Challenge. Störst du mich natürlich selbstverständlich auf der Jagd. Joel? Ja, genau. Aber es ist natürlich schon noch viel ungünstiger, als für unsere Nachbauer und Belegler während der Hauptsaison, so etwas während der Jagd-Saison zu machen. Darum kann ich leider nicht dabei sein. Aha. Aber ich wünsche natürlich allen von dem Moac recht guten und guten Schwung. Ja, gut, ja. Wohl. Machen wir das so. Gut, danke. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja, das ist so. Jetzt habe ich ganz wichtig. Aber was haben wir gemacht? Wir machen das genau so. Wir füllen die. Dann schieben wir zuerst die von der Moac-Kine. Und wenn die wieder rauskommen, dann ist es super kurz für uns. Und wir. Wir haben die Gefährlein. Ja. Das machen wir aber genau. Und so. Und so. Das ist so. Was haben wir Transportation timegel? Ja. Na die Whoops-Kinne. Das war dieとか? Das war der Krassivor. Was Teil auf der Square. Somethingiguier ist ja hierüber. Ich cartoonhoferaltro. Was ist das einfach? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.